Radio Salü, die Wetterlympics. Kandidat von Wettermüller, Jörg Hektor. Er bereitet sich schon gerade vor, macht sich warm. Jörg, bist du bereit? Ich bin total bereit. Der Wettermüller kann kommen, den mache ich nass. Dann los! Wettermüller, bin ich schon fertig. Den mache ich nass. Ja, so. Und hier der Herausforderer, Wettermüller. Wettermüller in der Disziplin Klorollen abreißen. Bist du bereit, Wettermüller? Ich kann zwei Leona weggessen. Ich bin gestärkt. Dann kann es ja nur noch gut gehen. Auf die Plätze, fertig, los. Boah, ist das anstrengend. Ich denke, das geht ganz einfach runter. Oh, leck, Mensch, jetzt komm, jetzt, komm, jetzt, komm. Jetzt geh runter, runter, doof, roll. Jo, man merkt's, billiges Klopapier in Papier. Chef zahlt mit mir, das bappt, jo. Und der Winner ist Wettermüller. Das glaubt er jetzt nicht wirklich, oder? Ich bin so froh. Nein, das glaubst du jetzt nicht. Doch. Nein, Schluss aus, Baster. Du bist disqualifiziert. Wieso? Wegen Bescheißens. Der Sieger, der Sieger im Klopapier abreißen, ist eindeutig Jörg Hector. Ich will mal eins sagen, das bin ich. Ja. So, und euch, zwar nicht abends. Boah, das bin ich. Boah, das bin ich.